Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf unserem Kanal zu folgern gleich. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code sofort und gleich TTV. Dann auf Annehmen drückt und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in den Itemshop vom 20.11.2019 und wir sehen, wir haben den Leviathan zurück, das ganze Set. Und wir fangen direkt auf der rechten Seite an mit dem Hampelmann. Ja, das ist eigentlich ein Standard-E-Mode, würde ich schon fast sagen, weil das ist ein ziemlich einfacher E-Mode. Dem gebe ich 7 von 10. 3,11.25 bei 9 Votes und das war am 24. Juli 2019 im Shop gewesen, seitdem 3 Mal und 3 Reminders. Wertenleser bzw. der Tracker, der war schon lange nicht mehr drin, der war schon 229 Tage nicht mehr drin. Das ist lang. Dem gebe ich 6 von 10. Okay, der hat eine Belotung von, na, der Reihe von 5 bei 12 Votes. Erst beim 1. November 2017 im Shop gewesen, seitdem 8 Mal und 49 Reminders. Der Prisma Rand, das ist eine, ja, das ist halt so eine Galaxy-Lackierung eigentlich, halt nur, also die Lackierung in Galaxy-Form nur in Regenbogenfarben. Die kriegt von mir, ah, es ist halt, ich mag halt das ganz bunt und nicht so, ich sage 6 von 10. 4,25 bei 5 Votes, zum ersten Mal am 24. September 2019 im Shop gewesen, seitdem 2 Mal und 10 Reminders. Ins schwarze bzw. Bullseye, weil seit 40 Tagen nicht mehr im Shop, dem gebe ich 10 von 10, 9 von 10. 4,48 bei 106 Votes, zum ersten Mal 2018 im Shop gewesen, seitdem 13 Mal und 416 Reminders. Rasen der Ansturm, Rasen der Ansturm, kriegt von mir 8 von 10, 3,96 bei 27 Votes, zum ersten Mal am 22. September 2019 im Shop gewesen, seitdem 4 Mal und 34 Reminders. Das ist das Mal vor 25 Tagen im Shop gewesen. Fußwahnsinn. Fußwahnsinn kriegt von mir 7 von 10. 3,7155 bei 14 Votes, zum ersten Mal am 22. November 2018 im Shop gewesen, seitdem 4 Mal und 44 Reminders. Spielranger würde ich sagen, würde ich auf jeden Fall sagen, in Summe-Manierer. Kriegt von mir 6, 7 von 10. 3,945 bei 29 Votes, zum ersten Mal am 17. August 2019 im Shop gewesen, seitdem 4 Mal und 30 Reminders. Das ist das letzte Mal vor 38 Tagen im Shop gewesen. Dann kommen wir zum Wukong. Der Wukong, gefällt mir, da habe ich mir selbst gekauft, kriegt von mir 10 von 10. 3,2155 bei 62 Votes, zum ersten Mal am 18. Februar 2018 im Shop gewesen, seitdem 22 mal und 28 Reminders. Das ist das Mal vor 38 Tagen im Shop gewesen. Panda-Beauftragte, die kriegt von mir... ist das Mal am 18. Februar 2018 im Shop gewesen, seitdem 9,755 bei 33 Votes, zum ersten Mal am 13. August 2018 im Shop gewesen, seitdem 9,755 bei 33 Votes, zum ersten Mal am 13. August 2018 im Shop gewesen, seitdem 9 Mal und 29. 45 Reminders, zum ersten Mal und 45 Reminders. Das war's von dem Set, jetzt kommen wir auch schon zu dem letzten Set, zu dem Set, was jetzt schon lange nicht mehr drin war, dem Leviathan. Der Leviathan war vor 142 Tagen im Shop gewesen, das heißt vor 4 Monaten, 4,5 Monaten. Ja, gut, dann, was soll ich sagen, Leviathan kriegt von mir 8 von 10, 7 von 10. 3,655 bei 136 Votes, zum ersten Mal am 25. April 2018 im Shop gewesen, seitdem 10 Mal und 47 Reminders. Globale Hacke, die kriegt von mir... Ja, hauen wir es mal drauf. 7 von 10. 3,885 bei 16 Votes, zum ersten Mal am 29. April 2018 im Shop gewesen, seitdem 9 Mal und 15 Reminders. So, haben wir da noch was? Snupp, ich denke nicht, nein. Dann würde ich sagen, wir bewerten den Item Shop und der heutige einem Shop gefällt mir jetzt nicht so sehr. Also, ich sag jetzt mal nicht Lovid, ich sag jetzt mal heute, endet man. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, erst mal 89, 690, Lovidz, 757, jetzt mehr und 1593 Hades. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert, also einen YouTube-Kanal. Und dann schaltet sich da rein, nütze da, ist vor der Leviathan mit uns bei, bis dann und tschüss.